Ja, wie man sieht, Künstler ist von mir gemalt. Ich bin schon seit Jahren immer bei den Matchen dabei. Ich gehe ab und zu einzuschauen. Ich bin nicht der, der gross spielt. Wenn ich vielleicht von der Postur her absolut dort durchgehen würde, als Eishockey spiele. Aber ich finde es ein faszinierendes Spiel. Ich schaue lieber Eishockey, weil es dort wirklich mehr Goals gibt als beim Schuten. Es ist spannender. Und dort haben wir schon ein wenig Nerven verloren. Das ist ein wenig Nerven verloren. Und dann können wir die